Es geht weiter, liebe Leute! Youtubers live! Ja, also wir müssen immer noch Videos aufnehmen. Mach ein Video... Ich weiß es gar nicht, wer bist du? Need for... Wir müssen noch Need for Fast More Videos aufnehmen. Gucken wir mal, ob wir dann noch eins aufnehmen können. Oh, Lizard Quest können wir auch machen. Dann machen wir mal Lizard Quest mit dir. So, Video starten... An... Arbeitsplatz... Vier! Wow! Wow! Rrrr! Mann, ja, Full-HD-Auflösung! Lärmschutz! Mono-Ausgabe! Wow! So... Wo bist du da? Du kannst auch noch einen Video machen! A... Arbeitsplatz... Aber nicht von Lizard Quest, von Snowboard Children! Das könntest du machen! Ein Gameplay von Snowboard Children! Am Arbeitsplatz... Drei! Mal fortsetzen! Weiter! Und wir... werden ganz dezent... nochmal gucken, dass wir jetzt unseren nächsten... Ich weiß gar nicht... Ne... Das ist... Nein! Vier! Da müssen wir hin! Ähm... Wo sind unsere Kontakte? Da... Arbeiter... Mitarbeiter... Mit... Da... Da... Mh... Mit der reden wir nochmal! Dass wir die vielleicht nochmal ran kriegen! Zum... Mitarbeiten bei uns! Wäre auf jeden Fall schon mal sehr schön! Aber warum habe ich hier da einen riesen Fernseher und auf der anderen Seite einen riesen Fernseher, wenn die alle immer nur einen Fernseher benutzen zum... 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 Videos aufnehmen! Das ist sehr verwirrend! Das ist doch sehr verwirrend! Das ist doch echt verwirrend! Egal! Och... Was ist das denn jetzt? Für... Party nach... Jerissa... Lisa... Warum ist jetzt da... Blöde Teil kaputt? Was soll das? Menno... Es gibt's doch nicht! Kann ich das noch bewerben? Weflink, Hashtag... Das wird aber immer teurer hier! Egal, wir bewerben die beide mal! Yay! Super! Super, super, super! Komm her, du kannst auch mitarbeiten! Äh... Einstellen! Yay! Zum Schlafen! So, ähm... Du bist... Fertig! Alter, komm her! Boah ey! Jetzt zeige ich das Ergebnis... Zack, 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 zack! Hochladen! So, jetzt kannst du auch... Ein... Mach ein Video! Dein erstes Video machen! Yay! Jetzt haben wir drei Mitarbeiter, jetzt brauchen wir im Prinzip eigentlich nur noch... Unsere Mitarbeiter alles machen zu lassen! Wir können eigentlich nur essen, schlafen, essen, schlafen, essen, schlafen, essen, schlafen... Ähm... Arbeitsplatz... Eins... Äh... Mono-Ausgabe... Popschutz... Full HD... Oh, die müssen wir bald langsam aufwerten! Wird schon langsam ein bisschen... Hm... Rrrr... Knapp! Zeige das Ergebnis! So... Hochladen! Ich weiß jetzt nicht, welche Rechner wir im Licht sind, ich hab keine Ahnung! So... Aber ich muss warten, bis mein Partner mit dem Video fertig ist! So... Mach ein Video! Ähm... Du kannst ja nochmal ein Snowboard-Shield machen... Jetzt fölst du aber langsam! Der ist belegt! Dann können wir Arbeitsplatz 2 machen! Weiter! Die geht erstmal nach Hause! So... ähm... Wir machen dann mal einen... Ich weiß jetzt, wir können gleich einkaufen! Ähm... Joaah... Ach guck mal, da kommst du wieder! Das ist gut! Da kannst du gleich schon mal ein Video machen! Aber von Lizard Quest! Dann müssen wir wieder neue Spiele kaufen! Lizard Quest! Ähm... Arbeitsplatz 3! Also wir müssen eigentlich normalerweise langsam mal feste Plätze zuordnen! Ansonsten... ...haben wir nachher wirklich große Schwierigkeiten! Mal klar zu kommen! Mal gucken wir mal in unser Netzwerk rein! Das haben wir geschafft! Das haben wir auch geschafft! Das ist ja einfach! Das haben wir ja... Das haben wir ja... Mh... Ja, der, der, der... Sehr schön! Ja, das haben wir eigentlich alles geschafft! Super! So... Mh... Jetzt können wir einfach nur warten! Oh komm, wir können doch mal was essen! Können wir was essen! Ich weiß nämlich jetzt nicht, welcher Rechner frei ist und welcher nicht! Der ist... Da können wir mal rangehen! Können wir mal ein Sandwich essen! Mh... Ähm... Fertig! Zeige das Ergebnis! Da-da-da-da! Hochladen! So, jetzt können wir auch noch mal aufrüsten! Den AI gehen wir mal aufrüsten! Ich weiß echt nicht, welcher Rechner ist! Das ist momentan echt sehr verwirrend, muss ich sagen! Okay, der arbeitet! Gut! Dann... Gehen wir mal... Da einkaufen! Gehen wir mal da! Ja! Genau! Hm... Mh... Ist das ne riesen Hütte! Ich hätte in der kleinen Hütte bleiben sollen! Viel übersichtlicher! Aber passt schon! AmazingOn! Das kaufen! Nehmen wir mal mit! Das geht runter! Das geht runter! Das geht runter! Das geht hoch! Das geht hoch! Das geht hoch! Kaufen! Ja! Sehr schön! Danke! Was haben wir hier? Nintendo 3DS! Können wir auch noch mitnehmen! So! Dann können wir gucken! Dann haben wir bestimmt... Tento 3DS! Tento 3DS! Jawohl! Da haben wir ja noch mal ein paar Spiele hier! Dezember! Das nehmen wir mal mit! Das! Ah! Kaufen! So! Ähm... Du zeig mir mal... Dein Video! Zack, 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 zack! Boah! Das ist aber jetzt auch mal! Puh! Das ist sehr, sehr... Mühe seh nicht jetzt! Ähm... So! Hier! Öffnen! Und... Weiter öffne! Komm her! Öffne dich! Und siehsam! Öffne dich! Ist also wieder ein bisschen schwierig! Ja, 1,2k damit eingenommen! Sehr schön, sehr schön, sehr schön! Haben wir hier noch was? Aber was ist das hier mit dem Tag Video? Das weiß ich nicht, was er da machen möchte! Aber vielleicht finden wir auch das noch heraus! Sind wir nicht? Ist auch nicht so schlimm! So! Geht es da jetzt was los hier, oder was? Was ist jetzt? Nein, natürlich nicht! Ich hab ihm unter die Rechnung bezahlt! Und hier kann man... Ja, die... Das hier lang Liniegehäuse direkt um die Ecke ist, ja! Alter! Da kommt dann noch mehr! Alter! So! Mach ein Video! Video! So! Jetzt ist aber Schluss hier! Jaja! Ich hab doch nicht so viel eingekauft! Kann doch nicht ange... Ich hab doch nicht so viel eingekauft! Mensch! Jetzt hängt das hier alles! Komm! Ach, danke! So! Extreme Sushi! Gothic Auschwisch! Street Werewolf Pharma! PSP! Ultra Soccer! Da! Das nehmen wir! Gameplay! Video starten! Dann am Arbeitsplatz 4 machen wir das mal zusammen! Und zwar manuell! Wir können das mal manuell machen! So! Da kann ich jetzt auch... Da muss ich da anfangen! Das war klar! Da war schon wieder klar, dass da wieder so eine ganz blöde, bescheuerte Karte kommt! Aber das ist auch nicht ganz so dramatisch! Können wir dann nachher ausschneiden! Ähm... Ah... Dass dann... Bandicoot... Very Bandicoot wurde für Honeyplace Studio 2 rausgebracht! Sehr schön! Gut! Ähm... Abspann! Abspann ist immer gut! Ähm... Weiter! Nein, danke! Da hab ich jetzt keine Zeit für! So! Öffnen! Ich kann da gar nicht die ganze Zeit mich um die... Um die... Um eine Person beschäftigen! Sonst können die... Können die anderen Personen ja nichts machen! Oh! Das ist doch sch... 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 Ne... Zack! Zack! Bildverzerrung... Bild über... So! Rendern! Zack, 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 da, da, da! Hochladen! Okay! Ja, das machen wir! Das müssen wir ja machen! So! Mach ein Video! Äh... Nintendo's Big Time Eyes! Okay! Du machst erst mal nochmal Snowboard... Children! Kann ich da nicht... Wo... Snowboard... 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 Children! Da! Hoppa! Ehrlich! Dass man die Dinger da jetzt suchen muss! Das ist ja... Gell! So... Am... Arbeitsplatz... 1... Vorsitzen! Wo bist du? Machen wir hier! So... Was hast du denn noch? Kannst du denn noch machen? Du hattest Lizard Quest... Du kannst... Aber... Panzer... Pain... Pinball... Ja! Das kannst du nochmal machen! Arbeitsplatz... 2... Ich hoffe, der war jetzt überlegt! Ich hoffe, der war jetzt überlegt! Ich hoffe, der war jetzt überlegt! Der war jetzt überlegt! Ich habe keine Ahnung! Also... Ich glaube, ich muss mir das demnächst mal aufschreiben! Wer wohin gehört! Video fortsetzen? Okay... Ich weiß noch nicht, wie ich das Video da fortgesetzt werden soll, aber... Ich werde es da auf jeden Fall... Ach! Ent... Ach! Das Interview ist noch da! Okay! Auch gut! Äh... Das Interview... Das haben wir auch noch! Verdammt! Das haben wir ja total vergessen! Nein! 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 Ah! Leute! Das Interview haben wir total vergessen! Ah! 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 Titel! Das... Das... Nein! Da wollen wir dann lieber eine Ausblendung rendern! Zack! Zack! Hochladen! So... Das ist... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ich hoffe, Nummer 4 ist gleich frei! Wenn du Little Frog klingst, dann... ... 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 Arbeitsplatz 4, oh, fortsetzen, weiter, ehrlich, ich hab keine Ahnung, wo ihr alle, an welchen Rechnern ihr alle seid, aber ich werd's bestimmt irgendwann nochmal herausfinden, wer wo genau ist. So, ich zeig ihr das Ergebnis. Hochladen. Gut, dann lass es mal anladen, lass es mal hoch. Ja, es ist ein schlechter Sender, wie ich weiß. Essen. Ah, es wird jetzt alles langsam ganz schon spannend. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich hab nicht gedacht, dass es jetzt dann doch relativ stressig ist. Lassen wir uns netze gucken hier. Ah, natürlich, wir sind auf dem ersten Platz. Ja. Na gut, schlafen wir nochmal ein bisschen, bevor die Präsentation gleich losgeht. So, jetzt muss ich mal gucken, wo geht die hin? Ich hab keine Ahnung, ich weiß es ehrlich nicht. Zack. So, erzeige das Ergebnis. Und hochladen. Ich bin auch schon wieder fertig. So, ähm, 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 ähm. Puh, ah, puh, puh, puh. Ah, jetzt geht die Präsentation alles klar da müssen wir gleich gucken dass wir vielleicht filmen nein komm her, zeig das Ding gerade noch geschafft, so das können wir jetzt auch noch mal schnell hochladen ist das schon mal in Arbeit, dann haben wir schon wieder mit dem Ball das ist echt so, komm schon raus holen für Play Studio 2 ah es ist anstrengend, Leute es ist wirklich anstrengend BOOM! wir kommen auf die Präsentation blablabla 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 wir werden uns gleich noch mal ein paar Spiele holen, ne? Ah, die Play Studio 2 wieso nicht für die 3? oder für die 4? ah ne, die 4 ist hier noch gar nicht ha so, und die Presseversion bekommen natürlich wieder gut haben wir teuer und bitte, bitte, bitte bitte, bitte, bitte hat die gehört und 59,99 bitte bitte, bitte sagt sie bitte, bitte, bitte bitte, bitte 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 Applaus, Applaus, Applaus. Gut, dann gehen wir jetzt. Machen gleich nochmal ein Interview. Und dann gehen wir wieder in den Horror. 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 So, können wir hier noch irgendwo mal gucken, ob wir ein interessantes Profil haben hier? Oh ja. Nein, ist ja... Haaa... Profil... Da. Ja, den nehmen wir. Interview. Dann machen wir mal ein Interview auf von dem. So, machen wir hier eine Begrüßung. Ah, da verschwindet das Gesicht schon wieder. Professioneller Kommentar. Ah, bla 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 bla. Unser klassischer Kommentar. Blablabla bla bla bla. Äh... Nervige Kritik. Passt schon. Irgendwie passt das schon. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Ich weiß ja noch nicht wie, aber irgendwie. So. Jetzt wird's langsam kritisch. Ich hab keinen Lust, da hier so einen bösen Wichter einzubauen. Alalalalalalalala. Muss ja wohl oder übel jetzt... Doch. Okay. Ja, das ist gut. So. Ja. Wenn wir das zuhause machen... So. Ah, danke. Kann mir jetzt passieren. Boah, hat das Erfahrung nochmal gegeben. So. Gehen wir nochmal nach Hause. Ich großer YouTube-Beltstar hier. Ich bin so der große Hecht. Ich glaub es nicht. So, das werden wir mal bearbeiten. Ja. Am Arbeitsplatz 1. Ja, haben wir Ausgabe. Fortsetzen. Interview. Jetzt haben wir hier unten. Na, haben wir nix. Neues. Nix Neues. Okay. Nix Neues. Den nehmen wir. Haben wir hier noch was tolles? Nein. Den. 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 Können wir. Können wir nicht. Nein, dies können wir nicht. Nehmen wir dies. Ne, den kann ich nicht reinsetzen. Nehmen wir dies. Und nehmen wir nochmal rein dies. Und nehmen wir rein dies. Titel wählen. Weicher Fokus. Hintergrundmusik. Und ausblenden. Zack, 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 zack. Interesse. Okay. Sie ist zurück vom Shoppen. Genug für heute. Sie geht nach Hause. Muss grad auch hier wohnbleiben. Ha. Egal. Ich denk mal, das reicht erstmal. Na, wir können hier nochmal bewerben hier alle. Bewerben. 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 Boah. Ei, das ist aber auch. Ei, dat aus. So, ich denk mal, das reicht für heute. Das reicht jetzt erstmal für diese Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schaut auch gerne unsere anderen YouTube Videos an. Hinterlasst auch gerne einen Kommentar, falls es euch gefallen hat. Und ein Like. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen.